Oida, was geht ab Leute, es ist Punkt 11 Uhr. Diesmal haben wir es nicht verpasst, um zwei Minuten. Ich bin noch nicht ganz fit, aber... Was machen Sie? Oida, was geht ab Leute, Intro Nummer 2. Oida, was geht ab Leute, Intro Nummer 3. Es ist 11 Uhr 1. Diesmal gab es keine Verzögerung durchs Spiel, aber wir mussten das Intro einfach nochmal drehen. Ich zeig euch mal den Staub, mit dem wir anfangen, weil wir haben ja einen gewissen Wettbewerb mit Tenmaru, Chaos Lady und einem vierten Typen. 2.694.000. So, los geht's, schauen wir mal. Evolis haben wir alle entwickelt, haben ja alle bekommen, also da gibt es keinen Stress. Es ist Aquana. Viele haben das Gefühl, Aquana kommt am häufigsten. Es ist Flammaga. Zwei von drei haben wir schon. Oh mein Gott, drei entwickelt, alle drei verschiedene. Wir können uns hundertprozentig auf den Staub konzentrieren. Die wir diesmal auch am Start, nicht zu spät bekommen. Los geht's. Okay, einen Schein haben wir schonmal. Das habe ich aber geklickert. Aber hier haben wir ein 10er Ei. Ich habe gesehen, Melanie hat ein paar Inkubatoren am Start gehabt, aber... Ih, Tatini. Aber die hebe ich mir alle auf für ein Staub-Event. Das er kommt, wenn Safari Zone Japan war. Dementsprechend werde ich nicht meine Gessourcen hier für das Battle ausgeben. IV-Check. Ich habe gar nichts gesehen, aber wir wissen eh, dass er nicht gut ist. Ja. Dann gehen wir mal. Hier, Check. Nichts. Eigentlich sollte ich die nicht checken, weil das kostet Zeit, die ich zum Fangen verwenden kann. Aber für euch jetzt ein kurzer Shiny-Check. Und nichts. Das ist der Tag, an dem ich ein Level höher erreichte. Das muss verewigt werden. Level 37. 468er als 98er. 468er war jedenfalls. Ich weiß nicht, wo es war. Für den ersten 98er? Ja. Kann ich dir leider nicht sagen. Wie viel? 468. Den habe ich sogar. 1514. Wo ist er? Ja, tatsächlich. Ich habe ihn irgendwo geklickert. Ich habe es. 400. Oh mein Gott. Jeder hat es außer dieben. 488er als 98er. Ist es hier eins? Ja. Okay. Update nach Stunde eins. Eine Stunde ist vorbei. Wir schauen uns den Staub an. Moment. Okay. Und. Ich weiß eigentlich gar nicht, mit wie viel wir gestartet haben. Aber jetzt haben wir 2,751 Million. Wie gesagt, die Abrechnung dann am Ende. Wenn ich dann alles vergleiche. Aber. Dimi meinte vorhin, er hat irgendwie. Wie viel? Jetzt bin ich bei 70.000. 70.000 ungefähr, ja. Schauen wir mal. Also die 3 Mille. Also 500.000 an beiden Tagen zusammen. Schaffen wir wahrscheinlich nicht. Da habe ich mich ein wenig überschätzt. Aber. Ja, wie gesagt. Wie viel wir genau gemacht haben. Sehen wir dann am Ende des Videos. Ja. Oh ja. Sehr gut. Genau. So. Hier ist ein Sonnfels. Ich liebe Sonnfels. 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 Wie auch immer. Ich will ja irgendwann alle auch max pushen. Dementsprechend brauche ich hier die Bonbons. Das ist auch recht selten. Wobei. Gestern 2. Heute 1. Hier geht es schon ab. Dann auch schön saftig getauscht für 6 Bonbons. Saftig. Und wenn ich dann auch noch einen zurück bekomme, dann sind das sogar 7 Bonbons. Plus die 6 durch Berger jetzt. Aber leider noch keinen guten mit dabei. Really strong attack. Defense. Ja. Na ja. Du kannst mir kein 100er Shiny. So. Das ist ein Scheiß, Alter. Wir haben hier einen Shiny. Mein viertes. Aber das erste, das ich heute aufnehme wollte. Die anderen habe ich alle geklickert. Und ja. Ich zeige euch mal einen. Der war bisher mein bester glaube ich sogar. Nur zweiter Satz. Aber angefünft sind. Abgesehen von dem hier. Vielleicht ist das mein bester. So. Das Shiny Nummer 4 heute. Wir haben nur noch eine Stunde. Also bisher die Hälfte erst an Shinies. Also heute gefühlt weniger. Und. Decent. Ne. Der ist tot. Der ist schlecht. Aber wie gesagt. Heute gefühlt weniger. Das meinen auch viele von den Spielern hier. Steamy oder? Mein Gott. Er bleibt einfach so stehen. Richtig uneffektiv. Steamy. So. Ich habe gerade gesagt. Gefühlt weniger Shiny heute. Deine Meinung? Auch. Auch? Definitiv. Ja. Ja. Oha. 856. Also 899 ist garantiert 100. Das ist Level 35. Also ich weiß nicht. Na ja. Guter Zeitpunkt, dass ich die Kamera angemacht habe. Aber. Wir haben sie nicht deswegen angemacht. Wegen seinem Shiny. Sondern. Weil die letzte Stunde begonnen hat. Und. Ich habe noch einen Shiny. Hier. Geklickert. Gleich nachdem ich. Den anderen gefangen habe. Für euch. Der V-Check. Leider nicht so toll. Relativ hoch. Aber. Ups. Hätte ich nicht weg machen sollen. Aber. Hier. Wir sind bei 2,787 Millionen. Ich entwickle es trotzdem. Es hat zwei festen Text. Und andere 15. Ja. Passt du. Und es ist voll. So einen habe ich auch. Es ist fast voll. Entwickle es jetzt. Oh mein Gott. 856. Okay. Oha. Das ist echt krass. Ja. Komm. Also. Man hat gehört. Du warst mit deinem Flamaga doch nicht zufrieden. Obwohl du gesagt hast dir ist egal. Okay. Tiefe Minderung. Wo wollte ich schon etwas wo anderes. Komm. Jawoll. Da bist du diesmal wirklich zufrieden. Ja doch. Das passt schon. Oh mein Gott. Okay. Letzte Stunde. Immer noch. Wir haben hier endlich mal wieder ein Shiny. Das ist mein Shiny Nummer 6. An sich gefühlt ist es. Ist zwar langsamer. Und weniger. Aber ich glaube das ist nur ein Gefühl. Ich habe jetzt eigentlich. Wir haben ja noch eine Stunde. Eigentlich dieselbe Anzahl. Die Frage ist halt nur. Ob wir auch noch einen guten bekommen. Und. Zweiter Satz. Ich komme nicht über diesen zweiten Satz hinaus. So. Das letzte große Highlight. Hier wäre ein 98er. Beziehungsweise ist. Aber. Das ist leider kein Shiny. Und normalen 98er brauchen wir eigentlich nicht. Schade. Der wäre geil gewesen als Shiny. Uns wurde er nicht gegönnt. Ey das ist. Der ist nicht 98. Nicht? Nein. Was erzählt der da? Schau mal. Das ist insgesamt der gute. Das ist der drittschlechteste Text. Und dann? Wir haben dann noch Angriff. Alter das ist nicht der. Ja. Dann geht weiter. Dann ist es ein anderer. Ich sehe hier aber keinen anderen. Ihr seht. Wir sind schon so. K.O. Wir sind gar nicht mehr bei Sinnen. Das ist auch nicht. 722. Aber. Ich glaube nicht. Da wo die Mengen was einfach war. 797. Ich habe es. Was? Das muss es sein. Wie viel? 797. 797. Aber es ist auch nicht Shiny bei mir. So. Also haben wir noch eine Chance. Falls wir den nicht verpasst haben hier. Also es müsste der sein denke ich mal. Ich habe keine Ahnung man. Ich weiß nicht mehr was er gesagt hat. Oh. Aber ich habe hier keine Ahnung mehr. Tod. Das war's Leute. So. Event ist zu Ende Leute. Checken wir unseren Staub. Da vorne in der Mitte tauschen wir noch ein wenig. Staub. Check. 2,826. Ich glaube wir haben um die 150.000 gemacht. Wahrscheinlich sogar weniger. Also. Heute war echt langsam. Aber darüber gehen wir noch. Aber darüber gehen wir noch. Da hätte es noch dreifach Staub gegeben. Für eine dritte Stufe. Das wäre. Nicht schlecht gewesen. Aber. Ja. So ist es auch ganz cool. Ich hoffe die Kamera bewegt sich nicht zu sehr für euch. Wer ist das so? Ja. Gefangen. So. Puh. Das war's. Ziemlich anstrengend. Ich kann mir. Also das waren jetzt zwei Tage Sea Day. Jetzt kommt erst mal mein Fazit. Aber. Wisst ihr doch früher. Irgendwelche Events die eine Woche. oder manchmal sogar zehn Tage. Andauerten. Und ich da eigentlich jeden Tag so. Sechs Stunden plus. Sechs bis zehn Stunden gesuchtet habe. Also das waren jetzt zwei Tage Sea Day. Jefalls drei Stunden. Und ich bin vollkommen Keroer. Ich weiß echt nicht wie ich es damals ausgehalten habe. Aber. Zwei Tage Sea Day. Muss ich sagen. War ganz cool. Zweiter Tag. War bisschen ruhiger. Bisschen weniger los. Bisschen weniger Shinies. Gefühlsweise. Also ich habe am ersten Tag sieben gehabt. Und einer ist abgehauen. Und heute hatte ich sechs. Also. Ungefähr gleich. Ungefähr gleich wenig. Weil ich weiß. Manche haben. Zwanzig. Gesamt. Oder 23. Gesamt. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall weit über 20. Schreibt nur in den Kopftagen. Wie viele ihr heute gemacht habt. Und ob ihr heute weniger gefangen habt. Als gestern. Und dann natürlich. Wie viel Shinies gesamt. Und ob ein gutes Shiny dabei war. Meine. Konnten den zweiten Satz nicht überbieten. Also. Wir haben es nie auf den ersten Satz geschafft. Sprich. Gesamt habe ich 13 gefangen. Wobei. Ich habe. Zu sagen. Heute habe ich nur geklickert. Ich war ein bisschen fangfaul. Das sieht man gleich auch. In der Staubauswertung. Das habe ich hier mal aufgeschrieben. Und ausgerechnet. Für die. Für das Battle. Aber fangen wir mal dran. Und zwar. Habe ich gestartet mit. 2,519 Millionen. Und hatte dann. Am Ende von Tag 1. 2,684 Millionen. Und ein paar zerquetschte. Das heißt. Ich habe 165.000. Und 661 Staub gemacht. Tag 2. Angefangen mit. 2,694. Und aufgehört mit. 2,826. Tag 2 habe ich also gemacht. 131.912. Das ist einfach so. 34.000 weniger. Also schon. Heftig. Dafür. Dass ich halt. habe. Hauptsächlich. Heute nur mit dem gespielt habe. Aber. Gesamt. Haben wir dann. 297. 573. Also. Aufgehundert. 300.000. Staub gemacht. Mein Ziel war eigentlich. 500.000. 500.000 war. Bisschen hochgesteckt. 3,5. Also. 350.000. Hätte ich mal. Denke schaffen können. Hätte ich mich. Ein wenig mehr bemüht. Mit Fangtrick vielleicht. Ihr wisst. Den Schnellfangtrick. Hätte man vielleicht. Über 400.000. Gebrütet habe ich auch nichts. Keine. Also nur. Den unendlichen Inkubator. Also. Da. Ging auch kein extra Staub rein. Aber. An sich bin ich zufrieden. War ein cooles Wochenende. Scheine Evoli. Ganz cool. Staub immer cool. Schreibt unten in die Kommentare. Eure Meinung. Zum Ziel der Wochenende. Also. Das war's von mir. Wir über liken. Subscribe. Und kommentieren. Und. Checkt dann Marcos Video wahrscheinlich ab. Um das Ergebnis zu sehen. Wer gewonnen hat. Sonst werde ich es wahrscheinlich auch irgendwo. Auf meine Social Media Seiten posten. Dementsprechend folgt mir auf Instagram. Facebook. Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht. Pokemon is serious business. Pfff. Pfff. Euw